Die Tante hat die extra leckeren Beluga-Kaviar gekauft. Wir müssen jetzt essen, ne? Komm, Schattin, jetzt schön. So. Du sollst den... Kind, du sollst den Kaviar essen. Man sollte den Kaviar so wirklich auf die Straße schmeißen, damit der Pöbel drauf ausrutscht. Du böse, kleine Grüße, du. Okay. Kind, ich werde dich. Nicht euch, du hast geweint. Ach, Tante. Ich glaube, der Vater will mir fein mein Glück nicht zu innen. Hast du mir das doch geahnt. Wieso? Na, ich habe heute Morgen einen Blick in die Karten geschmissen. Ja, und? Ich habe böses gesehen. Oh Gott. Oh Gott. Vielen Dank.